Wie du auch 1500 Euro mit einem einzigen Text generieren kannst, ohne den Text sogar selber schreiben zu müssen, genau das werde ich dir in dem Video jetzt zeigen und das Beste ist, du kannst es wirklich für 0 Euro starten, das heißt, du brauchst keinerlei Startkapital und auch keinerlei Erfahrung. Bevor wir aber mit der Möglichkeit heute beginnen, möchte ich euch zuallererst den Kanal von einem guten Freund von mir, von Sven, vorstellen. Sven macht Interviews mit Unternehmern, aber auch Arbeitnehmern und er hat jetzt seit neuestem ein neues Format und zwar, wie werde ich in unter 10 Minuten, wie zum Beispiel hier, wie werde ich Pflegekraft und das sind alles Formate, wo, wie es der Name schon sagt, in unter 10 Minuten euch erklärt wird, wie man einen bestimmten Job werden kann. Deswegen schaut auf jeden Fall gerne mal beim Sven vorbei. Donnerstag um 18.30 Uhr kommen immer wie gewohnt die normalen Interviews. Geht beim Sven vorbei, lasst ein Abo da und würde mich und den Sven auf jeden Fall extrem freuen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie verdienen wir also die 1.500 Euro und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich simpel. Wir müssen uns einfach mal auf der Plattform Fiverr anmelden. Ihr könnt natürlich auch noch andere Freelancing-Plattformen nutzen, wie zum Beispiel PeoplePerHour oder auch Upwork.com. Da registriert ihr euch einfach. Das Gute daran ist, es ist komplett kostenfrei und da sind jeden Tag zigtausende Leute unterwegs, wonach Dienstleistungen suchen. Dann müssen wir also einfach nur ein Gig erstellen, das heißt ein Angebot auf die Plattform hochladen. Wie jetzt zum Beispiel hier, I will deliver you a pro Copywriting in German or English. Nachdem wir den Gig erstellt haben, können potenzielle Kunden unseren Gig sehen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch ein neues Konto auf Fiverr erstellt und konnte schon einige Impressionen generieren. Das heißt, einige Leute haben meinen Gig schon gesehen. Einige Leute haben auch schon draufgeklickt und da werde ich euch in den nächsten Tagen auch mal ein Update zu geben. Jetzt ist natürlich die wichtige Frage, okay, wie kriegen wir denn den Text generiert, ohne selber jetzt die Dienstleistung ausführen zu müssen. Und das ist wirklich, wirklich simpel. Wir können dafür das Copywriting-Tool Ridesonic.com nutzen. Und Ridesonic ist ein AI-gestütztes Tool, was uns dabei hilft, Produktbeschreibungen, Copywriting für Landingpages, E-Mails, Facebook-Ads und so weiter und so fort zu schreiben. Und das Beste daran ist, wir können das Ganze komplett kostenlos starten und wir brauchen nicht mal eine Kreditkarte dafür. Nachdem wir uns dann angemeldet haben, landen wir hier im Dashboard von Ridesonic. Und in Ridesonic-Dashboard können wir dann verschiedene Sachen auswählen, wo wir halt generieren wollen. Vielleicht kommt ein Kunde zu uns an und sagt, hey, ich hätte gerne Instagram-Bildunterschrift oder hätte ein paar Instagram-Captions gerne für mein Business oder vielleicht ein Tweet-Generator. Oder halt der Klassiker hier, dass man einfach Blogs und Artikel verfassen soll. Vielleicht sagt jemand, hey, ich habe eine Webseite und ich bräuchte einen Blog. Und wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich wirklich extrem einfach. Ihr klickt einfach auf das jeweilige Ergebnis drauf, was ihr gerne hättet. Dann gebt ihr hier zum Beispiel einfach euer Thema ein. In dem Fall jetzt vielleicht einfach Fußball. Hier bildet ihr eure Sprache aus. Hier die Art der Qualität. Und jetzt sieht man das hier gerade nicht wegen meinem Aufnahmeprogramm. Aber hier unten kann man dann im Prinzip einfach auf Generate gehen. Und dann werden einfach gewisse Punkte von dem kompletten Tool generiert. Ihr seht hier schon, das sind zum Beispiel einfach die Ideen. Die kann man dann einfach je nachdem einfach anklicken. Und dann geht man hier unten wieder auf den Punkt Erzeugen. Und das Tool wird uns die komplette Arbeit übernehmen. Ihr seht schon, das generiert jetzt gerade die ganzen Texte. Und das Einzige, was wir machen müssen, sind einfach ein paar Knöpfe drücken. Und halt hier den jeweiligen Titel eingeben, was wir halt gerne hätten. Und ihr seht schon, hier sind die kompletten Texte generiert. Ihr seht, es ist wirklich extrem einfach. Falls ihr hier noch irgendwas anpassen wollt, könnt ihr das Ganze hier noch editieren. Noch ein bisschen was reinschreiben. Und ihr könnt in wenigen Minuten wirklich gute Texte generieren. Es ist jetzt natürlich nicht gleichzusetzen mit einem echten Copywriter, der dafür vielleicht einige tausend Euro verlangen wird. Aber es ist trotzdem eine sehr gute Qualität dafür, dass es von einem AI geschrieben wurde. Und es ist auf jeden Fall ein Service, den ihr auf Fiverr anbieten könnt. Und damit gutes Geld verdienen könnt, ohne jetzt Startkapital oder Vorwissen haben zu müssen. Das war es auf jeden Fall mit der Möglichkeit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Falls ihr noch nach anderen coolen Möglichkeiten zum Online-Geldverdienen sucht, schaut einfach mal gern unten in der Videobeschreibung rein. Da habe ich euch zum Beispiel auch einen Kurs verlinkt zum Thema Dropshipping, wo ich am Anfang selber genutzt habe, um jetzt mit Dropshipping starten zu können. Was meiner Meinung nach auch eine sehr geile Möglichkeit ist zum Online-Geldverdienen. Deswegen schaut auf jeden Fall gern mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da werdet ihr auf jeden Fall irgendwas finden, wo euch sehr gut liegt und mit denen ihr Online-Geldverdienen könnt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Erfolg mit der Methode. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Luke. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.